Trotz Corona-Pandemie erfolgreich als Therapeut oder Coach arbeiten. Wie das mit Bucher Coaching Systems gelingen kann, gleich hier bei Bucher TV. Gerade in diesen Zeiten einer Corona-Pandemie ist es wichtig, seinen Patienten oder Klienten auch ohne direkten Kontakt Hilfe anbieten zu können. Genau diese Möglichkeit gibt es mit unseren Systemen. Sie helfen unseren Kunden, ihren Beruf weiter auszuüben und ihre berufliche Existenz zu sichern. Die Systeme der Bucher GmbH richten sich an alle naturheilkundlichen Therapeuten, aber auch an Personal Coaches oder Lebensberater, die keine medizinische Ausbildung haben. Wir spüren als Firma ganz deutlich, dass diejenigen Therapeuten und Coaches, die auch schon vor der Pandemie immer wieder über Skype, WhatsApp, Telegram, Zoom oder auch nur über das Telefon Kontakt zu ihren Patienten bzw. Klienten hatten, jetzt viel mehr Zulauf und Arbeit und damit natürlich auch mehr Umsatz haben. Der Einfachheit halber nutze ich nachfolgend nur noch die Begriffe Therapeuten und Patienten. Gemeint sind damit aber natürlich immer Coaches und ihre Klienten. Auch der organisatorische Ablauf unserer Anwendungen kann problemlos darauf abgestimmt werden. Patientenproben, zum Beispiel Speichel, können mit Wattestäbchen im Polybeutel per Post vom Patienten zum Therapeuten versendet werden. Genauso gut funktioniert auch eine kleine Haarsträhne. Diese Patientenproben können dann mit unserem System anstelle des direkt angeschlossenen Patienten gescannt werden. Mit den Scannergebnissen und zusätzlichen hinzugefügten positiven Informationsschwingungen können dann Informationsträger hergestellt werden. Wie zum Beispiel Magnetkarten oder unarzneiliche Globuli, auf die diese Regulationsinformation übertragen wird. Diese Informationsträger können ebenfalls auf dem Postweg wieder an den Patienten gesendet werden und er kann die Therapie über diese Informationsträger dann auch alleine zu Hause machen. Ein direkter und persönlicher Kontakt zwischen Patient und Therapeut ist zwar weiterhin wünschenswert, aber für den überwiegenden Teil dieser Arbeit gar nicht nötig. Hier ist der Kontakt über die verschiedenen Telekommunikationsmöglichkeiten ein wirklich adäquater Ersatz. Dagegen haben alle Praxen, die nur dann eine Rechnung schreiben, wenn der Patient in der Praxis vor Ort ist, riesige Existenzsorgen und können nur versuchen, über ihre Reserven so lange wie möglich durchzuhalten. Es gibt also auch bei Therapeuten, ebenso wie bei anderen Dienstleistern, wie zum Beispiel Fitnessstudios, Haarstudios, Nagelstudios, die ebenfalls sehr stark vom Publikumsverkehr abhängig sind, oft Pandemieverlierer. Wir möchten aber, dass sich unsere Kunden zu den Pandemiegewinnern zählen können. Pandemiegewinner hört sich erstmal ein bisschen arrogant an, aber was passiert denn mit den Patienten und Klienten, die bisher von den Pandemieverlierern betreut wurden? Die haben dann keine Hilfe mehr und sind mit ihrem Problem allein gelassen oder sie suchen sich an anderer Stelle Hilfe und sind dann auch erstmal weg. Die jetzigen Gewinner unserer Kunden sind letztlich auch dafür verantwortlich, dass es uns als Bucher GmbH immer noch so gut geht und genau diese Info, wie man zum Corona-Gewinner wird, möchten wir weitergeben. Es heißt immer, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, mach Limonade draus. Das heißt für uns und natürlich auch für Sie, wir müssen flexibel sein und uns anpassen können. Wir müssen unsere Dienstleistungen so gestalten, dass sich weder für den Patienten noch für den Therapeuten ein Gesundheitsrisiko durch einen direkten Kontakt ergibt. Das ist natürlich bei einem Friseur- oder Nagelstudio nicht umsetzbar. Aber für Therapeuten und Coaches ist das ein gutes und durchführbares Konzept. Und warum? Im Gesundheitsbereich gilt nahezu bei jedem Thema, der Körper ist der Spiegel der Seele. Bei allen psychosomatischen Erkrankungen, also wenn die Psyche die körperliche Krankheit verursacht, sollte es immer vorrangig darum gehen, eine Lösung dieser psychischen Ursachen im Gespräch mit dem Patienten zu finden. Genau an dieser Schnittstelle können unsere Systeme mit den Scannergebnissen helfen. Es werden zum Beispiel Themen und Blockaden aufgelistet, die mit dem Klienten besprochen werden, um herauszufinden, was genau diese leidensverursachenden psychischen Vorgänge sind, die in der Tiefe des Bewusstseins begraben an unserer Gesundheit nagen. Wenn man diese psychischen Probleme verarbeiten, auflösen oder auch nur entschärfen kann, dann spiegelt sich das auch in einem gesunden Körper wieder. Die Symptome, die dem Patienten ja diesen psychischen Missstand aufzeigen wollen, haben plötzlich gar keinen Grund mehr zu existieren. Der Körper kann die Selbstheilungskraft starten und löst dadurch oft auch jahrelang gelebte chronische Probleme nachhaltig auf. Da dieser Vorgang immer der gleiche ist, nahezu egal, um welches Problem es geht, sind unsere Systeme so universell einsetzbar. Zum Beispiel bei Gesundheitsproblemen, bei fehlendem Selbstvertrauen, zum Beispiel wenn jemand einen neuen Job sucht oder zum Beispiel bei Problemen in der Lebenspartnerschaft, eigentlich bei jedem Ziel, das sich ein Mensch setzen möchte. Wir können immer nach dem gleichen Schema vorgehen und dieses braucht erstmal keinen direkten persönlichen Kontakt. Gespräch mit dem Patienten über seine Symptome, Scannen nach Themen und Ursachen, wenn möglich mit einer Patientenprobe, Wattestäbchen, Haarlocke, wie schon beschrieben. Im anschließenden Gespräch über die Scannergebnisse, die leidensauslösenden Themen ermitteln, eine Auflösung oder Vermeidung dieser Ursachen empfehlen, was meistens eine Änderung von falsch gelebten Verhaltensmustern bedingt. Dann das Senden von Regulationsschwingung in das Informationsfeld des Klienten und daraus resultiert schlussendlich die nachhaltige Problemauflösung durch die Selbstheilungskraft des Klienten. Gegebenenfalls kann sogar noch eine Auflösungsunterstützung der Symptome direkt erstellt werden, insbesondere bei Akutfällen. Nachhaltige Lösungen verlangen aber grundsätzlich immer eine Lösung über die Symptomursache. Beispiel Wenn der Motor meines Autos zu wenig Öl hat, dann ist das Symptom nach kurzer Zeit ein Motor, der immer heißer wird und dabei noch komische Geräusche macht. Um diese Symptome zu lösen, kann ich Öl nachfüllen. Langfristig werde ich den Ölmangel aber nur dann unter Kontrolle bekommen, wenn ich das Ölleck finde und dieses auch repariere. Dazu will sich aber heute meist kaum noch jemand die Zeit nehmen. Lieber kippen wir einmal in der Woche einen Liter Öl rein und das geht dann so lange, bis der Motor kaputt ist oder wenn wir das jetzt mal auf einen Menschen übertragen, bis sich der Burnout einstellt und diese Menschen dann erstmal ausgebremst werden. Wir als Bucher GmbH möchten, dass jeder Therapeut oder jeder Coach, wenn er nach dem Prinzip der Ursachenlösung arbeitet, eines unserer Systeme vier Wochen lang komplett kostenfrei in vollem Umfang nutzen kann. Damit kann man nicht nur Erfahrungen über die Anwendung und Wirksamkeit sammeln, sondern hat auch noch vier Wochen lang ein hervorragendes Tool zur Therapie- und Zielerreichung verfügbar. Was brauchen Sie dazu? Einen Windows-Computer mit Windows 7, 8, 10 oder 11, eine Internetverbindung nur während der Installation und natürlich Interesse an einer Methode zur nachhaltigen Lösung von Problemen in Gesundheits- und Lebensfragen. Sie müssen sich dann nur noch entscheiden, welches unserer Systeme besser zu Ihnen passt. Da wäre das kleinste und einfachste System, der Bucher Energetik-Check. Hier können über 200 energetische Laborwerte gescannt werden. Es geht darum herauszufinden, wo es Mängel gibt, wo es ein zu viel gibt. Durch die Sendung der gefundenen Werte als Regulationsimpuls können die Selbstheilungskräfte aktiviert werden und auf diese Weise der Körper wieder in eine gesunde Balance gebracht werden. Wenn Sie also eher auf der körperlichen Ebene arbeiten möchten, vielleicht auch mit Ernährungsplänen und Nahrungsergänzungsmitteln, dann wäre dieses System gut geeignet. Preislich liegt dieses System im Bereich 1280 Euro. Das nächste größere System ist der Bucher Aura-Coach. Dieser arbeitet nach der indisch-tantrischen Philosophie der Lebensenergie. Hier werden die sogenannten Chakren gemessen. Das sind Energieknoten entlang der Wirbelsäule und geprüft, welche Blockaden vorhanden sind. Die verhindern, dass in diesem Bereich nicht die volle Energie fließen kann. In der Regel findet man in diesen Scannergebnissen auch die Ursache der Symptome des Patienten. Aus den Werten der einzelnen Chakren lässt sich auch ein Aura-Bild ableiten, das den aktuellen energetischen Zustand des Patienten visualisiert. Preislich liegt dieses System bei 3750 Euro. Das umfangreichste Paket oder System der Bucher GmbH ist der Bucher Vita-Coach. Hier handelt es sich um unser Radionik-System mit einer umfangreichen und detaillierten Datenbank von Informationen aus allen möglichen Bereichen. Affirmationen, Belastungen wie Allergene, Elektrosmog, Impfungen, Viren, Bakterien, Parasiten, aber auch Essenzen, Heilmittel, Homöopathie, Organe, Psyche, Stoffwechsel und vieles mehr. Das System scannt die Datenbank auf Resonanzen zum Patienten und zeigt damit die Themen, die Probleme, aber auch die Lösungen an. Durch Sendung der Regulationsschwingung werden die Selbstheilungskräfte aktiviert und verstärkt. Die Ursachen werden erkannt und können aufgelöst, vermieden oder entschärft werden. Kein Symptom wird bleiben, wenn die Ursache dieses Symptoms entfernt wird. Preislich liegt das System bei 7.850 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer, wobei die 4-Wochen-Nutzung eines dieser Systeme ja wie versprochen bei 0 Euro liegt. Wir installieren dann per Telefon und Fernwartung die Software auf Ihren Computer, PC oder Laptop und machen eine Einweisung. Natürlich organisieren wir selbst unsere Dienstleistungen auch kontaktlos. Während der 4 Wochen wird der Therapeut auch weiterhin von uns betreut, zum Beispiel bei Fragen übers Telefon oder über den im System eingebauten Hotline-Chat. Während des Betriebs ist kein Internet mehr erforderlich, sondern dies wird nur während der Installation und Einweisung benötigt. Alle Daten bleiben unter der vollen Kontrolle unserer Kunden und werden lokal auf dem Rechner gespeichert und nicht in irgendeiner Cloud, bei der niemand weiß, wie sicher diese Daten dort sind. Und hier geht es ja in der Regel um sensible Patientendaten. Falls gewünscht, kann gegen eine Sicherheitsgebühr von 150 Euro unsere kleinste Radionic-Hardware ausgeliehen werden, die für alle unsere Software-Systeme geeignet ist, wird diese nach den 4 Wochen wieder zurückgegeben, werden 140 Euro wieder zurücküberwiesen. Wer möchte, kann sogar gegen eine höhere Sicherheitsgebühr unseren Bucher Wavemaster Tweaklight mit Farblicht-Therapieleuchte ausleihen. Wir haben für jeden die passende Hardware im Preisbereich zwischen 150 und 950 Euro. Ah, danke. Wenn du schon da bist, dann kann ich dich auch gleich vorstellen. Das ist die Christine Vogt, meine Frau und die oberste Instanz der Bucher GmbH. Du könntest vielleicht auch kurz die Lichtwelle und die Handelektroden kurz zeigen, damit die Anwender wissen, wie die Hardware so aussieht. Ja, gerne. Wobei die Handelektroden ja nur dann Sinn machen, wenn der Patient vor Ort ist. Sonst kann man ja die Fernübertragungsfunktion einsetzen oder mit Informationsträgern arbeiten. Die Lichtwelle nimmt man während des Scans oder der Besendung in die eine Hand und deckt sie mit der anderen Hand ab. Bei den Handelektroden nimmt man die mit dem roten Kabel in die starke Hand, in meinem Fall ist das die linke Hand, weil ich Linkshänderin bin. Die Elektrode mit dem blauen Kabel nimmt man in die andere Hand. Ein Scan-Vorgang dauert so ein bis zwei Minuten. Bei der späteren Übertragung bzw. Sendung kann der Therapeut die Zeitdauer dann selbst auswählen. Danke, Christine. Gerne. Die Funktion unserer Software ist aber auch ohne Radionik-Hardware gegeben, indem die im Computer eingebaute Hardware verwendet wird, zum Beispiel der Prozessor, die Grafikkarte und die Soundkarte. Unsere Produkte werden im Team entwickelt. Vertrauen Sie unserer 27-jährigen Erfahrung in der Entwicklung von komplementärmedizinischen Systemen. Unsere Teampartners sind Naturheilärzte, Heilpraktiker, Apotheker und Personal Coaches. Entschließen Sie sich dazu, unser System vier Wochen lang kostenlos und ohne Verpflichtung einzusetzen. Wenn Sie dann sehen, wie viel Nutzen unser System für Ihre Arbeit bringen kann, dann können Sie im Anschluss mit Ihrer Praxis oder Ihrem Business durchstarten. Dieses kostenlose Vier-Wochen-Angebot gilt nur für Therapeuten und Coaches und nicht für Privatanwender. Unsere Systeme sind für Praxen und Coaching-Unternehmen entwickelt. Wenn Sie Privatanwender sind und Interesse an unseren Systemen haben, zum Beispiel um sich selbst oder die Familie behandeln zu können, dann können Sie die sehr gerne gegen einen Unkostenbeitrag von 119 Euro ebenfalls für vier Wochen tun. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen eine gute und vor allem gesunde und erfolgreiche Zeit. Ich bin Wolfgang Bucher, Entwickler von Komplementärmedizinischen Systemen bei der Bucher GmbH, Ihrer schwäbischen Software-Schmiede. Adele und mir seht uns! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.kosm-.H&B- requesteden Untertitelung des ZDF für funk, 2017 KUHA-M-B-G-E-M-T-R-A-W-N-G-I-M-E-S-T-K-F-A-L-D-P-E-S-P-O-T-O-T-A-M-E. Man kann solle es nachher, was man wille.